Was macht man bei einem Doppelbruch, wenn Variablen vorkommen? Genau das zeige ich dir in diesem Video. Wir haben einen Doppelbruch, das heißt es gibt einen Bruch, bei dem im Zähler und im Nenner ebenfalls Brüche vorkommen. Das Beispiel hier 1 durch x plus 1 durch y im Zähler und 1 durch x minus 1 durch y im Nenner. Wie geht man das Ganze an? Nun zunächst einmal sehen wir uns den Zähler an. Wir haben hier einen Bruch mit x im Nenner und einen mit y im Nenner. Wir bilden einen Hauptnenner, also einen gemeinsamen Nenner, indem wir einfach x mit y multiplizieren. Das heißt wir bringen beide Nenner jetzt auf xy. Wie funktioniert das Ganze? Nun beim ersten Bruch hatten wir schon x im Nenner, y kommt hinzu. Das machen wir jetzt auch im Zähler, ein y hinzufügen. Das würde sich ja im Prinzip wieder herauskürzen, um 1 durch x zu erhalten. Beim zweiten Bruch haben wir ebenfalls xy im Nenner, ursprünglich y, das heißt hier muss ein x hinzugefügt werden. Würden wir jetzt bei diesem zweiten Bruch x kürzen, hätten wir wieder 1 durch y. So, das war der Zähler im Nenner, ein bisschen unschön, im Nenner. Selbe Spiel, auch xy, xy und auch hier y und x in den jeweiligen Zählern ergänzen. Weil der Unterschied zwischen Zähler und Nenner ist ja einfach nur das Plus hier. Also hier das Plus und hier das Minus und auch hier Plus und Minus, das ist ja der einzige Unterschied. Jetzt können wir das Ganze vereinfachen, indem wir zusammenfassen. Und zwar xy hier oben im Zähler, also im oberen Zähler davon den Nenner. Und jetzt können wir einfach x plus y hier in den Zähler schreiben. Und unten ebenfalls xy in den Nenner und y minus x in den Zähler. Im nächsten Schritt, ich mache das Ganze vielleicht mal blau, diesen großen Bruchstrich. Aus dem machen wir jetzt einen Doppelpunkt. Also, was bleibt stehen? x plus y durch xy von unserem ursprünglichen Zähler. Jetzt ein Geteilzeichen. Und den Nenner y minus x durch xy. Jetzt haben wir im Prinzip die Division von zwei Brüchen. Löst man wie folgt. Erster Bruch bleibt stehen. Aus dem Geteilzeichen wird ein Malzeichen. Ich mache es hier vielleicht auch nochmal in blau. Und beim zweiten Bruch werden Zähler und Nenner vertauscht. Also xy hoch in den Zähler und y minus x runter in den Nenner. Im nächsten Schritt können wir kürzen. Ich mache das mal in rot. Und zwar xy im Zähler gegen xy im Nenner. Übrig bleibt x plus y im Zähler und y minus x im Nenner. Mehr zu Doppelbrüchen findest du entweder in der Endcard oder auf meinem Kanal. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.